Hallo und willkommen hier auf dem Wondershare Recoverit Kanal. Heute geht es mal um Word auf dem Mac und zwar um ein Word-Dokument, was ihr vielleicht nicht gespeichert habt, eventuell ist euer Computer abgestürzt und ihr habt halt keine Sicherungskopie gemacht, wie ihr trotzdem noch an das Dokument rankommen könnt. Das kann in der heutigen Zeit natürlich sehr schnell passieren, gerade in der Homeoffice-Zeit, wenn man viel am Computer arbeitet. Hier gibt es verschiedene Lösungswege, die wollen wir uns anschauen, aber falls ihr diesen Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert doch einfach gerne diesen Kanal, so bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand. Der erste Tipp ist zum einen die automatische Sicherung von Word. Das finden wir oben links in der Ecke. Hier können wir das Ganze einfach aktivieren und dann findet automatisch eine Sicherung zum Beispiel in OneDrive statt. Word an sich macht aber auch sowieso eine automatische Speicherung auf dem Mac. Das ist zwar immer so ein bisschen tricky, diesen Ordner zu finden, aber das schauen wir uns jetzt an. Hierzu gehen wir jetzt auf der Finder-Leiste oben auf Gehe zu, dann auf Gehe zum Ordner und jetzt müssen wir den Dateifad eingeben. Übrigens, wo hier Username steht, müsst ihr natürlich euren Benutzernamen vom Mac eingeben. Pausiert hier gerne das Video, um den entsprechenden Pfad eingeben zu können. Ihr könnt natürlich auch manuell auf den Pfad zugreifen, so ist es aber etwas einfacher, direkt auf einmal das Ganze zu machen. Jetzt öffnet sich hier der entsprechende Ordner und ihr findet die Sicherungskopie der Datei. Diese am besten kopieren, an einen anderen Ordner packen, wo ihr sonst eure Dokumente abspeichert. Eventuell hinten noch .doc bzw. .docx hinschreiben, falls es nicht der Fall ist und dann die Datei nochmal in Word öffnen und dann separat abspeichern. Eine weitere Möglichkeit ist der TMT-Ordner, denn hier wird vom Mac automatisch eine Sicherungskopie erstellt, die noch nicht vom Benutzer gespeichert wurde. Hier müssen wir jetzt in das Terminal gehen und den Befehl Open TMPDIR eingeben und dann Enter. Jetzt öffnet sich hier ein Ordner und ihr müsst ganz nach unten zu Temporary Items gehen. Im besten Fall ist hier das ungesicherte Word-Dokument, das könnt ihr jetzt öffnen und dann nochmal speichern. Manchmal kommt es auch vor, dass man bestimmte Dokumente versehentlich löscht, diese dann irgendwie im Papierkorb vergisst und gar nicht mehr weiß, dass sie da noch irgendwie sind. Hier gehen wir als erstes einmal in den Papierkorb und das Gute ist, mit Leertaste kann man sich die Dateien in einer Vorschau anschauen und dann gucken, ob eventuell die Datei hier auch dabei ist. Falls ihr eure Datei dann wiedergefunden habt, rechtsklick, zurücklegen und schon ist die Datei wieder da. Falls ihr jetzt aber nicht an eure Datei rangekommen seid, dann gibt es hier auch die Funktion von Wondershare Recoverit. Das ist ein Programm, mit dem ihr verlorengegangene bzw. gelöschte Dateien wiederbekommen könnt, auch wenn diese schon seit einigen Tagen gelöscht sind. Hier werden auch alle möglichen Dateiformate unterstützt, das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Den Link findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Hier müssen wir als erstes das Programm installieren und dann finden wir hier auch die Möglichkeit, dass man einen bestimmten Ordner auswählen kann. Hier den entsprechenden Ordner dann auswählen, auf Scannen drücken und dann sollte die Datei auch wiedergefunden werden. Diese können wir jetzt nun in einer Vorschau anschauen und dann auch wiederherstellen. Das ist auf jeden Fall super simpel. Jetzt wollen wir uns nochmal ein paar Tipps anschauen, die auf jeden Fall sehr praktisch sind, um das Problem vorher zu umgehen. Denn speichert am besten alle paar Minuten mit Command S das Word-Dokument, wenn ihr jetzt gerade am Schreiben seid. Somit seid ihr eigentlich sicher, dass irgendwie immer ein Speicherort relativ kurz vorhanden ist. Des Weiteren können wir auch das automatische Speichern bzw. den Intervall einstellen. Hier einfach in die Word-Einstellungen und dann können wir jetzt hier entsprechend, wie ihr das hier im Video seht, zum Beispiel auf 3 Minuten, 4 Minuten, 5 Minuten oder so das Ganze setzen. Und dann wird in der Zeit automatisch das Word-Dokument gespeichert. Ebenfalls in den Word-Einstellungen kann man hier auch den Ordnerpfad für das automatische Sichern einstellen. Hier müssen wir dann einfach auf Ändern klicken und dann können wir jetzt hier einen Ordnerpfad auswählen. Zu guter Letzt habe ich noch einen Tipp für euch und zwar, wenn ihr ein Word-Dokument habt, was sich nicht öffnen lässt, aber trotzdem Text beinhaltet, dann könnt ihr auch nur den Text an sich wiederherstellen und importieren. Das Ganze ist auch ganz simpel. Hier müssen wir in die Word-Einstellungen, dann zu Allgemein und beim ersten Punkt muss hier ein Haken gesetzt werden. Nun können wir die entsprechende Datei auswählen, dann unten rechts auf Text wiederherstellen gehen und jetzt sollte es auch ebenfalls funktionieren und ihr könnt den Text nochmal anschauen. Ich hoffe, die entsprechenden Tipps, die wir hier im Video gezeigt haben, waren sehr hilfreich für euch und konnten euch bei euren Problemen unterstützen. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Kanal, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.